Jau, da sind wir wieder, bei der nächsten Runde League of Legends... Oh, warte mal, falscher Kanal. Ja, willkommen bei... Boah, er steigt einfach nicht drauf ein, bist du schlecht. Razzamon ist schlecht, muahaha. Ich wusste nicht, was du jetzt von mir wolltest. Ich hatte das nicht. Nein. Ich wollte... Boah, jetzt mach das nochmal neu. Nein, das bleibt so. Das ist ja voll schlecht, das ist ja richtig miserabel. Ihr seht da, was wir spielen, im Gegend, was wir spielen. Viel Spaß beim Zugucken. Ich wollte jetzt eigentlich noch vorlesen, dann halt nicht mehr. Ja, sehen die Guides. Jetzt will ich nicht mehr. Das wäre dann die erste League of Legends mit Abos und Freunden, wo ich nicht die Champions vorlese. Nice. Kannst du doch nicht machen. Ne, kann ich auch nicht, ne? In Veyden, oder? Haben wir eigentlich nichts, ne? Tariq, Tariq und Tariq. Tariq und Tariq. Es gilt mit Tariq nicht den Hero. Bitte. Mach ich auch nicht. Es könnte sein, dass wir Scala, Mordekaiser, Vukong, Tariq und Razzby. Ne, Healer als Zweifel. Ja, sollen wir oder nicht? Wirklich. Und es könnte sein, dass das Gegendantiv aus Rammuz, Tristana, Lulu, Lux und Rankin besteht. Könnte sein. Ja, Danko. Könnte sein. Rekke. Ich gehe den Healer mal so mit Level 4 oder 5. Ja, klar. Weil er einfach nur voll useless ist. Rekke, man, hat dich gesehen. Ich gehe mal Stun. W, 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 W. Und dann E. Und dann nochmal. Die haben uns gesehen. Und dann nochmal W. Ich skill Q als zweites und dann skil ich auch W hoch. Eigentlich müsste Tariq vorgeben, ich nehme Stun. Ja. Die haben uns gesehen. Und weil wir ein Supporter. Jetzt geht vor. Okay. Wenn es sonst keiner macht. Hero-Mode-Morde. Zurück. Okay, hau rein. Nein, nicht mehr. Er kämpft nicht. Nein. Nein, renn weg. Hau ab, Amster. This is madness. Jetzt Stun. Wir geben hier gerade first. Verdammt. Jetzt zu Stun. Hast du Junkerskilled? Nee, hier hatte E. E. Jetzt kann ich mir ran gehen, sonst bin ich tot. Ne! Boah! Du hast den Dot drauf. Scheiße. Fuck it, Alter. Wissen, dass ich jetzt Back-Game. Ja. Auf jeden Fall. Super, Blue. Shut up. Ich hasse solche Matches. Keine Siss. Ey, wir hätten einfach weggehen müssen, Mann. Wir hatten 1-0. War doch super. Wäre gut gewesen. Hätte wenn Tun haben, Totten. Wenn wir jetzt mal Blue machen, werde ich die ganze Game darüber umholen. Machen sie nicht. Wie sollen sie das denn machen? Das ganze Game, Raza. Das ganze. Heul doch. Als hätte ich jetzt was dazu mit zu tun, dass ihr weggegangen seid. Ah, Lux hat gepult und Lux ist eher auf der Lane. Glaubst, ja. Fähig ein Pull? Äh, ja. Ich bin ja eh schon gefickt. Ich bin ja eh schon gefickt, also. Von daher, Lux hat jetzt schon mehr Erfahrung. Hat eine Siss. Das ist auch nice. Gut, mein Jungle ist auch im Arsch. Ich bin voll schnell mit Blue, wenn ich eine Kuh habe und einen geilen Pull kriege. Ja. Ja. Ich hab ja jetzt den CD abwarten können, aber ich kann das auch nicht machen. Meine Reise beginnt. Du wuschst die einfach an den Tower, dass ich nicht farmen kann. Die Olle Bitch. Wenn wir jetzt meinen Red gemacht haben, dann hole ich das ganze Game rum. Michi, du holst jetzt schon das ganze Game rum, hast du schon gemerkt? Das ganze Game. Das ganze Game. Mein Platz ist ein Verschmuss. Guteil. Ich bin ja so. Guteil. Das ganze Game. Guteil. Du hast eine guteская Station. Ich halte die Xbox. Ich halte mich. Ich halte mich. Das ist gut. Ich halte mich. Ich halte mich. Ich halte mich. Ich halte mich. Hier im Tri-Bush, denk ich mal Ich geh mal kurz vorhin Mitte, 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 Mitte Ich hab hier Kills abgegeben Die Tristana und die Lulu hocken, glaub ich hier Na, aber ich renne nicht in den Busch rein Wenn wir die auch überraschen hätten, dann wären das Kills gewesen Es ist Tristana Tristana geht auch noch runter Es ist Top Voller Gang Amos, nice Gang Wir gepusht die Lane Ja, kann man am besten ganken Wischo, kannst du den Blue übrigens nehmen, ne? Also den nächsten Naja 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 gibt es wohl nicht wo kommt er schon wieder her der komische ich könnte kürzen auf rein klinik nur hier muss sich so jetzt nach oben gegangen und unten in wort ich hab exhausten nicht reichen die wir da unten kannst du auch nicht weggehen? ja nö passt ja hast du voll life ja du kommst nicht voll also passt halt das ist ja nicht weil es kaputt aber der nlux ist so schlecht geh weg von dem geh weg das ganker muss er gannen wie er wieder wegkommt nein oder? ey wieder mit fällt sich am kopf mit dir aus es ist bot 2 es ist mit er ist back bot sollte mittlerweile nicht mehr gewordet sein oder auch nicht oder auch nicht komm dann mal runter wüsste ich wo sie gewordet hat könnte ich mir ein inverse fort hinstellen aber ich weiß es eben nicht von außerdem waren eh geskillt bei lauter aufregung boah kannst ja ab und zu mal deine ehemachen und ob da mhm keine hautbedarf der geht zum rot der geht rot komm runter ich kann sehen was da zu holen ist überall ich bin greedy lass mal lolo töten ich bin greedy ich hole mir den ey der schmacko ist hier ich habe lologeist boah das kann nicht wahr sein lass mal gucken ob der du hattest von denen wie kann man sich nur so hässlich baiten lassen alter so hässlich ey so ein schlechter bait ok mein gottes ach du hat auch nen blut natürlich 2-5 wir können das noch gewinnen 2-5 wir können das noch gewinnen 1-2 Ah ich bin das nicht gekriegt 1-2 SS Ok 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 f Jay ok ok Meine Reise beginnt erst ein verbündeter wurde gegrüßt in derart of Legacy auf CD aufaced Warum gehst du denn so nah ran? Pass auf, Ramos kommt zu dieser Mitte. Ja, ja, ich hab den schon gesehen. Aber was soll er machen? Hi Ramos. Mehr. Nicht pushen, bitte. Genau. Oh, guck mal 82 zu 50. Ich glaub, das geht von Sam. Ich lauf mal, ich lauf mal richtig zum Top. Ich hab Ult, ne? Ignite. Ah, und? Der macht mich trotzdem kaputt hier oben. Nee, glaub mal, dass ich den geht. Der ist jetzt, der Christophe, der kommt gleich wieder. Wollt's auf. Oder hat dich gesehen, Ramos ist hinter uns. Oh, 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 Ramos ist da. Ramos allein kommt, tötet wir den, okay? Okay. Naja, Lux ist da einer da. Das wird jetzt gay. Wo ist ein Lachs? Ach, da. Okay, dann hau mal ab. Ja, hau mal ab. Alles gut. Lux bleibt sowieso nur in Ulti-Reichweite. Pass auf, geh nicht dahin, da kommen die alle. Ja, ja. Ich bin auch gleich da. Der ist weg gelaufen. Oh, du stay in lane every day. Ist jetzt top. Was willst du mit da, Ramos? Verpüß dich. Oh, du bist so Pro-Lux, ne? Bist so unglaublich gut mit deinem G. Mit deinem Q. Die Trostana kauft sich irgendwie ziemlich scheiße. Ja, ist doch schön, wenn die alle scheiße kaufen, dann können wir ja gewinnen. Da ist geordet. Und wenn sie scheiße kaufen und euch fertig machen, dann ist es noch schlimmer. Tarek, kannst du es dann? Und wenn, dann gehen wir auf Lulu, ne? Ja. Auf wen? Auf Trostana? Du. Dann hast du weg. Oh mein God. Ja, Lolo, Squish hier. Tötet ihn mal. Und der Dings kann nicht wegspringen. Lux, kommt zu euch runter? Jo. Was? Was? Haut da mal ab. Lass mal Drake machen. Ramos ist tot. Rorsch bitte, dann komm ich. Das dauert zwei Sekunden. Die Wave nehme ich mit. Also ich komm gleich. Nautil Wave. Wir kommen alle noch. Wir kommen alle noch. Oh ja, das ist einer. Na Lux? Ja. Ach komm. Was macht der da oben an meinem Tower? Dann dive mein Tower obwohl ich gar nicht in der Nähe bin. Das ist auch gut. Ich will dich da outfarm. Ich will dich da outfarm, ohne dass du den Tower holst. Ohne dass ich da bin. Ohne dass ich da bin. Boah. Geht stärker. Ich hasse dich Kind. Ich hasse dich. Scheiße. Ich schaff den Blue nicht. Ne oder? Ach komm. Oh guck mal. Ich habe einen Lux Geist. Vielleicht habe ich noch einen Ramos dazu. Geil ich mal mit dem Blau da. Achso. Du kannst mir gar nicht helfen. Du bist halb tot. Ich bin mal weg. Ach man. Ey Lux macht so viel Schaden als Geist. Ja. Schau mal rein. Komm jetzt. Komm doch. Wie schnell soll ich denn sein bitte? Ich bin sofort losgerannt als du es gesagt hast. Du bist ja schlau. Ja da bin ich nicht hin gerannt. Aber jetzt braucht der Ulti gezündet der. Ich geh nicht rein. Er wollte mich einschlagen und habe mich tot. Ja. Geh weg. Bleib mal da. Bleib mal da. Lass mal. Zeig mal dass du da bist. Ja hat er gesehen. Und er killt mich fast. Wenn ich schneller wäre will ich ihn töten können. Das ist so lame. Komm her. Los. Hm hm. Als willst du den kriegen. Ich bleib hier ne. Ich renne nicht hinterher. Ja ja. Der dreht sich einmal rum und gibt mir den Keller. Das ist mein Problem. Oh Lux kommt. Ich muss hier weg. Ich muss mich gleich so ein Ulti auf die Fresse hängen. Na Lux. Scott pusht übelst. Warum willst du denn nicht kämpfen Lux? Du hast halt ja drauf. Meine Reise beginnt erst. Ich glaub der kriegt grad nen Blue. Ja die kriegt mit Sicherheit grad nen Blue. Ja dann kann sie nichts gegen machen. Oh den Tor machst du nach Hause viel ab. Ich werde die gleich aus auf meinen Blue. Wie willst die? Hat sie Blue? Hä? Ja die hat sie Blue. Das klingt ja eh weg. Ja ich hab doch extra mein Weh auf die gemacht. Top Alice. Hätte ich nicht gesehen. Top ist Mitte. Hm? Oh. Geht irgendwo bei mir im Jungle oder was? Alter will hinter mich. Guck mal her. Oh der hinter und mich. Wer weiß das schon. Guck mal her Renek. Mal spielen. Wer weiß wo der ist. Alter. Boah. Hab ich schlicht gefarmt. Ach ja herrlich. Lass mal die Schwester von Garen töten. Boah. Machst du so viel damage. Mach ich mal mit einer. Warum muss ich da? Ich hab noch meine Ultra. Der stirbt. Der stirbt. Für eins ist der eh eher gut. Du müsstest es abgreifen. Na war das gut? Jolo kommt in die Mütche. Voll den Gang versauft. Wir müssen mal unten defen. Ich glaub Drag ist gleich wieder ab. Graves gehst du mal oben defen? Ah und deine Wurst dann gehst du back ne? Ah die hauen ab. Die haben ab der Ranken. Der ist Level 7 der Rammus? Heiß. Ja ja. Weißt du warum wir die so schnell killen konnten? Der ist halt viel gank. Das ist normal. Es gibt ja die zwei Arten von Gankern. Einmal die. Die mit den Lanes mithalten. Und kaum ganken. Also Jungler meine ich. Es gibt zwei andere. Ja. Es gibt auch Jungler die können mit den Lanes mithalten. Und ganken relativ viel. Ja. Ja. Aber er war ja nur im ganken. Er war ja immer ständig überall. Na ja ich hab den kaum gesehen. Zwei, drei mal da ist er einfach auf die Lanes. Also Rammus war keiner ziemlich mehr Bot. Bei mir war er zwei mal. Das waren die beiden Kills wo ich gestorben bin. Und das ist relativ schnell. Also relativ früh. Vor Level 4. Ach komm gib mir den. Start. Los. Nice. Lux kommt runter. Es ist top. Oh da ist er. Ich hab ihn gesehen. Ich geh gleich kurz den Ward kaputt machen. Wer legt nach Red. Wer stellt mein Können in Frage. Gehen wir von da an drauf. Wie jetzt war's. Hast du halt die Trialbush gewadert haben? Okay. Hast du halt die Trialbush gewadert haben? Oh. Das ist das. Ich bin Sven. Ich bin da. Rennigan kommt jetzt wahrscheinlich auch runter. Vorsichtig. Warum bist du denn nicht drauf gegangen? Stoi. Vielleicht doch. Ihr seid ihr. Ist die eine in der Pfanne? Lukes kommt auch noch zurück. Was ist denn mit euch alter? Ich mach den Tor. I don't care. Aromos. Hast du Angst? Wollen wir weg hier gehen. Drag ist ab. Meinst du wir machen den jetzt schnell? Du warst vor live. Hm. Ich hab gleich Ignite. Ult hab ich noch. Ready. Oh das schaffen wir gegen die zwei. Lolo war low. Aromos. Ich hasse dich. Oh ich hasse ihn. Hm. Meiner. Ja ich hab grad nicht so viel Wert auf Smiley. Ich wollte bei ihm. Der war schlecht. Der war ganz schlecht. Der war ganz schlecht Siren. Komm her Lux. Oh der war gut. Direkt reingerannt. Ich hab nicht mit Traum ausgerichtet. Ich geb Aaron Warden. Du musst deinen Nebel zum Flüchtenden bereithalten. Nicht zum Angriff. Starten. das los tem. ich Genau.